Bölle macht Bildung ist einer von momentan 24 Lernorten in Deutschland und gehört dem Dachverband Lernort e.V. an. Lernort Stadion nutzt die Strahlkraft des Fußballs und bietet politische Bildung für Schulklassen an. Die Workshops sind kostenlos und können von den Schulen in Darmstadt gebucht werden. Finanziert wird Bölle macht Bildung über Sponsoren und Stiftungsgelder. Die Workshops werden auf die Schulklassen abgestimmt und ihrem Wissensstand angepasst. Dies besprechen wir vorab mit der zuständigen Lehrkraft. Wir einigen uns auf einen passenden Tag und treffen uns dann am Stadion. Dort angekommen übernehmen wir das Programm. Mit jungen Klassen behandeln wir beispielsweise den Eisberg der Vielfalt. Hierbei soll die Spitze des Eisbergs die äußeren Merkmale, die Hautfarbe und Frisur eines Menschen verdeutlichen. Unter der Wasseroberfläche befinden sich die inneren Merkmale. Die Begriffe stehen auf Karten und werden von den Jugendlichen zugeordnet. In einem unserer Workshops geht es um das Thema Diskriminierung und Vielfalt. Als Highlight erhält jede Gruppe eine Stadionführung an unserem Bölle. Musik